Tanzt ihr, Jana? Na gut, dann geht's jetzt nach vorne, oder was? Es war ein etwas anderer Auftakt zum 52. Bärmburger Stadt- und Rosenfest, das mit der Partyband Tänzchen T startete. Aber auch die Kinder der Saadestadt zeigten, was sie tun können. Wenn du singst los mit uns am Land, dann geht in der Luft dein buntes Band. Hallo, mein Name ist Finja und ich bin das erste Mal auf dem Snowmarkt. Nicht nur dort gab es viel zu entdecken, sondern auch gleich nebenan auf dem Ruhm. Und dann wurde es schon wieder musikalisch. Musik Nach dem Wiedersehen mit der Bärmburger Dance Collection warteten schon Harpo und Fancy auf die Festbesucher. Musik Ein weiterer Höhepunkt war der große Festumzug, bei dem nicht nur die Rosenkönigin dabei war, sondern auch viele Vereine und Fernburgs beliebter tanzender Putsbär. Und so anders wie das Fest begann, ging es auch zu Ende. Denn das Feuerberg war diesmal schon etwas eher zu erleben, aber deshalb nicht weniger feurig. Musik 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 Musik